servus leute und herzlich willkommen hier auf meinem youtube kanal wir müssen noch die weekend league spielen genau das machen wir jetzt wir ziehen keine picks und packs wir werden jetzt nur gameplay machen und am ende kommen natürlich den packs die reboots oben seht ihr schon wir stehen 51 lasst uns mal reingehen die neue jungen im kanal walker jetzt nach außen gestellt riss james musste jetzt weichen und ich spiele mit rüdiger und fand ich genau das ist das einzige was jetzt wirklich neu ist jetzt aber naja auch noch wieder in den posten habt ihr gesehen müssen der zweite tor machen habe ich gesagt und nicht dass wir das zweite tor hier kriegen alter leute jawohl hat doch wieder ein pass hier diese euro weekend league sowie laufen leute schreibt mir mal in die kommentare kommt dann wirklich nur durch ja ein tag von moni ich los da außen an die ball vorbei wollt ihr mich verarschen oder das ist doch voll lächerlich manchmal ja man kann auch mal ein bisschen dreckig lachen oder halt da das ist das so dämlich auch man war schon so geil durchgebrannt eigentlich in meinem kopf jetzt ist doch das ende genau wir haben wir jetzt schon so viel kacke gebaut und wir stehen jetzt hier echt 89 also ich kann es einige jahr nicht um letzten drei spiele leute mann 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 junger ist das nun wie geliefert warum auch immer da was heißt warum roma gewisser worden gelegen hat ok gg's manager hat keine patrie mehr gott sei dank schaffen die nächste der hat mit die verträge hier ich hab's ja schon immer die ganze zeit gesagt ja wurde dafür auch immer belächelt ja irgendwelche leute haben dann auch in die kommentare geschrieben dass ich immer alles schlecht machen manche leute wollen halt damit die patrie und so nie das will keine sau das ist total nervig oh was 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 wie 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 was yes baby yes gute ding nur war gespielt stark gespielt und wir auch noch jetzt junge mann alter ich kann euch dreimal gegen den pfosten schießen jetzt mittlerweile oh nein was mache ich denn und jetzt hör doch mal auf alter darauf kann man ja nicht in die pfosten schießen er hat mich da gerade angeschossen glaube ich ja das ist die rechte strafe hat mich gerade angeschossen ja ich habe nämlich nichts gemacht ich habe auch wirklich nicht geschossen die mit der truppe ja das ist ja nun schon geile team ja und ich erzähle wirklich bloßen 10 10 eventuell fast durch gewesen jawohl genau im richtigen moment jungen genau im richtigen moment und schuss ggs alter let's go und kriegen wir denn schönes und ich habe nicht noch irgendetwas von letzter woche noch über mal gucken hier was ist denn klar ich habe da irgendein pack von letzter woche vergessen alter erst mal 123 85 kommen mit den typen nimm einfach mit kann man aber auch schon mal besser gesehen oder aber auch schon mal besser gesehen oder geil oder ach herrlich 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 witte kiste weil werde nicht schlecht um 150 85 mal drei k頬 jo 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 JavaScript da geht's haus war auch zwar keine haupt ist so nicht mehr wert oh ja ist auch nicht mehr wert 40 oder so und oberdorf noch alle drohen transfermarkt weg zum rum schreibt geschichte team of the tournament gibt es wartet noch von letzter woche wird das glaube ich hatte da letzte woche irgendwie irgendwie vergessen ja zu öffnen ja okay ja jetzt gehen 4 nachter ja nehmen wir auch noch mit jetzt müssen wir mal hinten gucken was da noch ist hier hier das seltene genau nehmen wir auch noch gleich mit hier tauschbar gold spieler kann man gleich drücken ultimative noch irgendwie hatte trotzdem nicht dafür dass da irgendwo noch ein pack fehlt ganz genau wie sie geht auch nicht mehr du erwartet radii auch geil 29 px da müsste alle zu sehen sein ja ich weiß nicht was da noch mit bei war aber hier sind es tauschbar mit mehr hier sind noch mega px ja kommen mega px machen wir ja immer deutschspieler braucht man immer und das letzte pack hier ja auch wieder deutschspieler na super nimmer nimmer gezogen haben wir doch schon mal unseren ersten deutschspieler nächste weekend liegt wir haben immer jetzt so sehr schön brauchen wir uns den nicht gucken ich meine es ja eh nicht mehr wert aber trotzdem leute hier seht dann noch mal meine aktuelle team mit dem gespielt haben aber ich denke mal nächste woche werden wir auf jeden fall mal mit einem gold team spielen wieder mal mag ich mir eine kleine herausforderung kleine challenge wie gesagt ich bin trotzdem noch zufrieden dass ich doch noch die elf sie jetzt hier eingefahren konnte und hier ich noch auf den nächsten fach hier noch drei sie einholen konnte aber wie gesagt wir kennen das ja alle mit die tollen server von ihr oder mit die tollen wachsen ist halt so leute ich hoffe ihr habt ein bisschen mehr glück gehabt mehr wie die elf geholt ansonsten sehen wir uns